Bei der Blattjagd kann das gut sein, dass wir auch den bestimmten Bock anpirschen wollen. Und zum Pirschen gehört ein guter Zielstock. Jetzt haben wir einen von DIRHUNTER, schön leicht, auf die Größe einstellbar. Einfach nur hier reindrücken, dementsprechend hochziehen oder runterziehen, welche Größe man haben möchte. Wenn ich dann im Anschlag bin, habe ich hier vorne noch die Möglichkeit, wenn das Wild weiterzieht, mitzugehen. Oder ich hebe dann eben ein Bein kurz hoch, kann weiterdrehen. Und habe einen wirklich schönen sicheren Stand, auch auf weitere Entfernung, schön ruhig.